Willkommen zu Tag 6. Heute gibt es den Krebsgang. Micha, das ist deine komplette Körperrückseite. Einsteiger 30, fortgeschrittene 45 und die Profi 60 Sekunden. Dazu auf alle Vieren und vorwärts und rückwärts. Ja, super. Super. Ganz genau. Achte noch darauf, dass du deinen Finger noch dritt, die Hänge noch einmal komplett ist. Wenn möglich, ja. Gut.